Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die besten Mini-Elektrokamine. Wer also seine Wohnung etwas aufheizen möchte, ist mit diesen kleinen, aber leistungsstarken Geräten gut aufgehoben. Alle drei Modelle haben eine starke Leistung, doch unterscheiden sich in den ein oder anderen Eigenschaften. Wodurch sich die Kamine genau auszeichnen und was ihre besonderen Funktionen sind, das werden wir uns heute genauer anschauen. Viel Spaß nun also bei dem Video. Für weitere Infos zu den Elektrokaminen schaut auch gerne mal unten in der Videobeschreibung nach. Dort unten haben wir alle drei Modelle auch verlinkt. Starten wir gleich mit dem ersten und auch günstigsten Elektrokamin im Vergleich. Es handelt sich um das Modell von Homecom. Dieser Elektrokamin ist mit 45 x 28 x 54 cm sehr, sehr kompakt und besitzt mit 2000 Watt sogar die stärkste Heizleistung im Vergleich. Dabei überzeugt das Modell noch durch seine rustikale Optik mit sehr echt wirkendem Flammeneffekt. Die Schalter, mit denen man den Kamin bedienen kann, sind hinter der Kamintür versteckt, sodass diese von außen nicht sichtbar sind. Einstellen kann man hier die Heizleistung in zwei Stufen bei 1000 und 2000 Watt. Man kann aber auch hier die Helligkeit des Flammeneffektes stufenlos regulieren oder das Modell über diese Schalter auch ein- und ausschalten. Des Weiteren überzeugt das Modell durch hochwertige Elemente wie den Türknauf, die stabilen Standfüße oder das Kaminfenster aus gehärtetem Glas. Mit seinen 2000 Watt Leistung ist das Modell für Räume bis 20 Quadratmeter ausgerichtet und überzeugt hier vor allem durch sein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie gesagt handelt es sich um das günstigste Modell, welches durch den 10% Gutschein, den ihr über den ersten Link in der Videobeschreibung aufrufen könnt, noch unter 100 Euro kostet, aber trotzdem eine Leistung von 2000 Watt bietet. Mehr Infos wie gesagt über den ersten Link in der Videobeschreibung. Schaut da mal nach, um alles weitere zu erfahren. Das Modell aus der nächsten Preisklasse, welches wir euch vorstellen wollen, ist der beliebte Klarstein-Brixen. Dieser Elektrokamin bringt es auf 1800 Watt und kommt mit ebenfalls sehr kompakten Abmessungen von 41 cm in der Breite, 64 cm in der Höhe und 41 cm in der Tiefe. Das Besondere an dem 14,7 kg schweren Modell ist seine zylindrische Form und seine moderne Gesamtoptik. Abgesehen von der runden Form zeichnet sich diese Optik durch die schwarze Pulverbeschichtung, das gewölbte Frontglas und den seitlichen Edelstahlgriff aus. Die Leistung des Modells beträgt 1800 Watt. Einstellen kann man diese hier in zwei Stufen bei 900 und eben 1800 Watt. Auch überzeugt das Modell durch seinen realistischen 3D-Flammeneffekt. Hier kann man auch die Hintergrundherrlichkeit dieses Effektes einstellen, sowie auch das Thermostat des Modells regulieren. Wer möchte, kann das Modell auch komplett ohne das Heizelement benutzen, sodass es einfach nur zu einer schönen Optik beiträgt. Das ist alles wie gesagt über die Schalter an der Vorderseite einstellbar. Mehr Infos zu diesem Mini-Elektrokamin, dem Klarstein-Brixen, über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Bleibt aber auch gerne dran, denn als drittes und letztes möchten wir euch noch einen weiteren Mini-Elektrokamin vorstellen. Es handelt sich um den Klarstein Studio 5. Dieses Modell von Klarstein kommt ebenfalls mit 1800 Watt Leistung, zeichnet sich aber durch seine moderne rechteckige Optik aus. Das Modell, welches in den zwei Farbvarianten Schwarz und Weiß verfügbar ist, besitzt mit 70 cm in der Breite und 89 cm in der Höhe, sowie 31 cm Tiefe die größten Maße. Trotzdem handelt es sich unserer Meinung nach noch um einen Mini-Elektrokamin, der vor allem auch durch sein flaches Design nicht viel Platz wegnimmt. Das Modell kommt ebenfalls mit 1800 Watt Leistung, sowie einem realistischen 3D-Flammeneffekt. Der elegante Studio 5 Kamin überzeugt vor allem durch sein modernes Design, welches durch die Hochglanzlackierung des Kamins an sich, sowie auch durch die moderne Glasplatte oben am Kamin zustande kommt. Des Weiteren hat der Kamin eine besonders große Öffnung für den Flammeneffekt, beziehungsweise auch für die Wärmeverteilung. Des Weiteren kann das Modell durch seine ganz besonderen Smart-Funktionen überzeugen. Einstellen kann man am Kamin nämlich nicht nur die Leistung oder die Helligkeit des Kamins, sondern beispielsweise auch einen Timer, also eine Abschaltautomatik, welche man bis zu 24 Stunden vorprogrammieren kann. Zudem besitzt das Modell eine Fensteroffenerkennung, sodass der Kamin ein schnelles Sinken der Temperatur erkennt und sich von selbst dann ausschaltet, um nicht unnötig für draußen zu heizen. Das Modell ist außerdem komplett über die mitgelieferte Fernbedienung steuerbar. So kann man den Klarstein Studio 5 auch ganz bequem aus vom Sofa bedienen und muss nicht aufstehen, um den Kamin ein- oder auszuschalten, das Thermostat einzustellen oder die Helligkeit des Flammeneffektes zu verstellen. Ein super Modell, wie wir finden, zwar nicht das mit der stärksten Leistung, dafür aber, wie wir finden, mit der besten Optik und vor allem auch den meisten Funktionen. Über den dritten Link in der Videobeschreibung könnt ihr nun noch mehr zu diesem Bestseller erfahren und hier auch den aktuell erhältlichen 25 Euro Rabattgutschein einlösen. Also schaut da gerne mal vorbei und informiert euch weiter zu diesem Modell. Natürlich sind aber auch die beiden anderen Elektro-Kamine in der Videobeschreibung verlinkt. Für welches Modell habt ihr euch letztendlich entschieden? Lasst es uns doch gerne mal in den Kommentaren wissen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit eurem neuen Kamin.